ARD Text im Auftrag von Funk Hallo, ich bin der Kevin Büttner. Ich bin hinten in der Abwehr der Feuerwehrmann. Und jetzt gucken wir mal, was hier so läuft, ne? Ja, Junge! Ich bin der Maurice, sehe ich draußen und zeig den Mäusen, wie das geht. Das ist ein Giesel, Stürmer. Platz in der Mitte, Pfosten! Ich bin Maurice Bengtsch und spiele im Mittelfeld. Das ist ein Giesel. Das ist ein Giesel. Hallo, Mario Bengtsch, Jugendleiter, A-Jugendtrainer und auch Stürmer. Das ist ein Giesel. 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 Ich bin Robert, ich weiß, das hätte ich! Hallo, ich bin der Frank Gegens, sportlicher Reiter, links 05 und habe eine Zerrung, deswegen schieße jetzt ein anderer für mich. Ja, 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 ja!